ich will jetzt eigentlich so schnell wie möglich nicht nur eigentlich ich höre schweinekühe bullen ich verpiss mich hier war ich werde übrigens da oben wahrscheinlich dann auch noch slabs an der unterseite draufpacken damit auch da nichts bond das ist mir echt ein ansporn ja nicht neu alt er und alt er würde ich damit hier nicht wieder auch der kackenfrosch ist da geil wollen abschießen aber wo ist er denn ist da noch return to sender hier gemacht ach hier kann man ja immer noch rüber naja so irgendwie mir kommt es immer noch so vor als würden schulen als nachwachsen weil ich glaube ich alle abgeerntet da ja das ist honky island dann gehen wir einmal kurz nach honky island nein nach honky island müssen wir eigentlich gar nicht weil wenn hier diamanten warte mal halt stopp 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 doch ich will noch mal sehen wie viele diamanten wir haben hier diamanten und ich weiß nicht wie viele und die will ich gerne mal zählen da könnte ich mal diese pakete weg machen wenn ich irgendjemand anfängt last christmas zu sein ist er zu singen dann setzt was ja also hier ist eine ganz schöne menge schätze ja 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 das beste vom besten hier ich wollte das nur wissen also drei diamanten haben wir halt mal weißt du was die nehmen wir jetzt nicht mit weil unter umständen passiert uns was und dann wäre das äußerst scheiße ich bin hier immer noch ein bisschen orientiert weil er desorientiert weil er desorientiert weil diese sache mit den beiden etagen da habe ich was vor wir gehen jetzt einmal rüber kurz lass mich überlegen also wir sind eben durch den portalraum stefansburg schon durchgekommen das ist meine kioschheim und kioschheim incoming ich will erst mal einmal gucken ich lasse das leben ja hier ist überhaupt gar kein portal rum fertig ach du heilige bakrele das wollte ich jetzt gar nicht mitten in der nacht komme ich hier an ja der portalraum und so also ich schaue mal hier hier haben wir zwar gold ja bei eisen hier ist gar nicht drin wer bist du denn ach so namenloses und die auch ich höre eine hexe wie schön nicht also nie hier ist mal gar nichts in sachen von diamanten stimme auf ich bin der landvogt muss aufpassen spinnen können hier immer noch rein so und jetzt muss ich aufpassen wenn ich raus gehe erst mal dass mir die dorfbewohner nicht entfläuschen und zweitens mal dass mir nicht gleich die blöde bitch vor der nase steht hier ist aber auch schön nein den lasse ich jetzt leben ist die squid die die du bleibt eigentlich nur noch insel denn insel der namenlosen waren wir jetzt gar nicht so ein schick wir waren zwar beim portal raum aber na nun irgendwann kommst du auf den herr das weiß ich wir sind gar nicht insel der namenlosen gewesen um zu schauen ob dort diamanten rumhängen aber insel der namenlosen ja ich verwechsel das immer das ja der skelett spawner in der stefansburg ist ja alter kannst du mal was zu essen in den in deinen rachen schmeißen das wäre echt gut so was ist auch gar nicht wie spätestens ich habe das handy gar nicht hier laptop habe ich jetzt hier neulich aufgestellt gehabt aber der ist jetzt auch nicht mehr da der ist jetzt drüben beim bett habe ich neue film drauf geguckt tatsächlich film auf dem laptop geguckt ja so dann entschuldigung für das hin und her rein und raus und vor und zurück ich nehme meine axt in die hand falls ich höre den kackenfrosch herum eiern das ist auch interessant ach ja ich verstehe was passiert ist ja nein 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 überhaupt nicht fragwürdig ist alles in ordnung alter ist das ungewöhnlich hier ist das ungewohnt dass hier dieser berg dann auf einmal vor der tür steht ja das hier kann ich mir gar nicht erklären ach ja hier war diese höhle genau ja ihr wisst na ich habe ja den portalraum kaputt gemacht stimmt ja und hier ist man hier ist aber wirklich alles anders ob noch dorfbewohner da sind ich höre kein opel fritze ist noch da doch ein dorfbewohner ist mindestens noch da hört sich nach zwei an hallo wo seid ihr denn da hast du dich da oben wieder festgebackt vogel ok so hier haben wir einiges an wertigkeiten aber kein gold kein diamant die sind interessant die werde ich noch verbrauchen können so gesteintruhe ist hier ist aber nur bruchstein und sonstiger quatsch stelle hätte mich auch gewundert wenn hier auch noch ein fitzelchen die heute drin gewesen wäre ja dann ab dafür tschau mit v ich muss jetzt aufpassen ich bin das nicht gewohnt dass das portal hier draußen ist ich muss es gleich mal finden wo hat ist das ding dahin generiert ich meine das sind preis meser ist das schön ist das hier alles wunderschön ja ja ich freue mich schon auf jeder einzelnen location dort wieder zu erkunden und zu sehen was für schönheiten hier rund um warten naja hier vorne hat es darauf generiert hier drunter war dann wahrscheinlich der portal raum ich frage mich jetzt ob ich den rekrypten sollte also noten bauen sollte der kackenfrosch ist da der dürfte uns aber kaum sehen können irgendwo es sei denn wir geben ihm die möglichkeit und das könnte man ja mal aus spaß machen wo war denn jetzt jeder aufgang ach komm lass mal der war an der außenseite ich habe jetzt kein bock darauf so kann ein bisschen karotisch jetzt sein oder auch nicht so nur ein bisschen oder wieder wieder kevin sagen würde bildel das finde ich interessant also incoming stefansburg hier waren wir auch nicht mehr seit ewigkeiten da ist das interessant alles war thema acht die brücke da ist auch weg der wanderweg ist ja auch weg ja das müssen wir jetzt alles anders basteln mal gucken hier also eigentlich könnte man dann hier rum bauen und von dort außen brücke rüber zur insel der namenlosen baum alter das ist so interessant ich freue mich wirklich immer noch wie ein kleines kind zu weihnachten was wir hier bekommen haben so ender berle und neue menge bruchstein immer wieder gern so und hier ja aber auch nicht unbedingt was jetzt mit müsste süße gas träne ich kann man schon was hier von rein da so und da drüben sind natürlich auch noch truhen falls du irgendwo diamanten siehst sag mal bescheid das ist nicht lustig guck mal was wir hier noch haben so schöne viele sachen ja das käse messer ist das so kaputt oder ist es noch gar nicht angefangen ich bin langsam etwas verwirrt so und jetzt ist die frage was bauen wir uns denn schönes aus den diamanten lieber haben lasst doch mal hinlegen hier in diese schöne weiße krankenhaus ach es geht gar nicht in dieses schöne weiße krankenhaus legen so um es schneit es schneit es schneit wer da drüben dschungel ist und da ich bin begeistert ja hey weihnachten ja wie gesagt heute ist erster weihnachtsfeiertag und ich freue mich über unsere welt die so wunderschön ist eine wand aus nether pilzen cool wisst ihr was wir machen ihr wisstest ne ja nein ging jetzt runter in den skeletts baller und ergaunern uns da die letzten punkte für das level weil ich möchte nicht im nether bauen mit 29 erfahrungsleveln mir wäre es am liebsten wenn wir möglichst vieles davon loswerden würden das wären wir wirklich gern lieb hast du nicht gesehen okay hast du doch gesehen das ist gut man sollte immer alles gesehen haben auf geht's sind hier vielleicht jemanden das hätte mich jetzt wirklich gewundert warum sind hier eisen drin ja ist hier dann vielleicht wie ja natürlich was heißt hier natürlich das war gar nicht so natürlich okay das freut mich jetzt natürlich da oben staunt sich welche komischerweise hallo auch das wird schnell gehen da kommt der nächste gleich macht es und dann war es das hier scheint aber noch ein paar skelette an und definierter stelle zu sein nehmen wir auch noch mit kommt so ich würde mal sagen da ich sowieso noch ein bisschen was ausheben will nehmen wir mal den theoret von hier mit weil wir gehen das gleich tatsächlich noch sobald wir die erfahrungslevel weg gemacht haben rüber in nether ich meine und wenn es dann 456 ganz viele stunden werden ich meine mein rekord jetzt ist neuneinhalb stunden mit mit dem let's play together und ich glaube wir hatten hier auch schon mal sieben stunden irgendwie ich kann mich da an so eine session erinnern wo ich ganz viele schätze gehoben habe und warum nicht die gute alte zeit noch mal aufleben lassen problem ist nur ich bin momentan etwas zerlegt also aus verschiedensten gründen und merkt man mir an dass ich nicht so fit bin oder geht das okay immer schön nicht vergessen auszuleuchten sonst haben wir ein loch im spawner und das wäre nicht gut stell dir vor der creeper sprengt da vorne in die killkammer ein dickes fettes loch rein dann haben wir aber mal ein problem ja eigentlich sollte ich die kohle jetzt hier nicht ausgraben was machen wir mit den drei diamanten auf der auf honky island da wir gehen gleich wir fahren gleich nach honky island holen uns die drei diamanten und verzaubern etwas ich würde plädieren für eine spitzhacke so eine fortune spitzhacke wäre zum beispiel mal ganz geil denn wenn wir dann wieder diamonds finden beim strip mining dann könnte das durchaus sein dass wir damit ein bisschen mehr rauskriegen aus dem ganzen als wenn wir einfach so die teile abbauen ja das weiß auch ich und ich weiß viele dinge die ich noch überhaupt nicht genutzt habe ja es braucht halt seine zeit bei mir ihr wisst ja auch strip einiger früher bei mir überhaupt nicht in die tüte gekommen und ich habe auch eine ganze zeit lang auf erfahrungslevel den schönen haufen gegeben was dann den herrn er damals mein möchte gern hater in die rage getrieben hat ja nein ich will ja sowas ich will ja sowas nicht provozieren ich habe übrigens glaube ich die kopfhörer die ohrhörer verkehrt rum in den ohren weil ich führe jetzt den skelettsborn also dies runterfallen der skelette auf der falschen seite ich glaube das ist nicht günstig ich glaube ich muss das gleich mal wechseln ja diese ohrhörer sind phänomen für sich selbst ich habe ja jetzt erzählt dass ich die bayern dynamics holbert hatte und dass die so verdammt schnell den geist aufgegeben haben und ich scheint in letzter zeit irgendwie mit markengeräten zu haben dass die sehr schnell verrecken ich sage nur rock hat kohle imo nicht mal ein halbes jahr ist das lustig hoch ja goldene leggings hat denn sowas okay ich brauche noch mal den rest da oben an ja raus wenn das nicht zu viel ist das war es dann schon haut jemand ein paar fackeln rein damit hier kein unglück geschieht zumindest jetzt noch nicht und dann lassen wir hier noch mal den hammer kreisen dort fast 31 erfahrungslevel das ist ich hätte beinahe gesagt leihwand aber ja das kann man ja ruhig sagen das ist uhr leihwand da ist ja nichts falsch dran das ösländisch ist ja nur leihwand so und ich sage auch ganz klar ich möchte keine ewige feindschaft aber halt eine vernünftige und auch öffentliche entschuldigung wäre ganz einfach noch mehr leihwand und ohne die mache ich es nicht weil schließlich war der wunsch der an mich gerichtet war der ebenfalls öffentlich zu sehen ja ja und ich habe noch darüber nachgedacht ob ich ein extra video mache so eine klarstellung vielleicht mache ich das auch noch es gibt nämlich noch einige aspekte die den ganzen quatsch noch unsinniger und noch abstruser erscheinen lassen als er so schon ist ich meine einen jemanden eine lebenslange krankheit zu wünschen während wegen eines kommentars über einem haus über ein haus im klöckchen spiel das ist schon abstrus genug ich sage nur fünf abonnenten verloren durch mich das ist auch so viele arten und weisen absolut abstrus dass man einfach sagen muss nein das geht nicht das kann man nicht bringen und auch an dieser sache dass ich hier nicht alles öffentlich mache kann man sehen dass ich es ganz und gar nicht böse meine dass ja mein ansinnen eigentlich nicht war da irgendwie in krieg anzufangen ich kann nur sagen die feindseligkeit also die ultimative feindseligkeit ging nicht von mir aus so ich baue mal kurz hier aus den diamanten eine spitzhange und die werden wir gleich dann war gleich mal verzaubern dann ist die edelklinge und hat sogar mutigen drauf ach so dann ist das ein prädestiniertes gerät für unseren spawner dann sollten wir die eigentlich die edelklinge in den spawner liegen sehe ich das richtig ich mache hier mal stufen ich mache aus denen noch mal stufen und aus denen mache ich slabs leider wenig voll blöcke jetzt ich hoffe wir werden nicht so viele brauchen ja ich versuche momentan klein wenig multitasking multitasking zu machen um halt möglichst viele prozesse mit möglichst wenig reiserei auf die reihe zu kriegen das wirst du jetzt gar nicht glauben können so wie viel haben wir schon wieder aufgenommen 28 minuten das geht sich aus